Hey, wer bist du? Ich bin Marco. Woher kommst du? Ähm, ich komme aus Österreich. Was machst du gern? Also, ich mache gern Mathe, ich spiele gern Fußball, ich singe gern und ich … Vielen Dank für das Interview. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Woher kommst du? Ich bin Marco. Ich komme aus Österreich. Ich mache gern Mathe. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich mache gern mit den der Schmerzutel. Ich mache noch nicht viel viel mehr. Ich mache noch nicht viel mehr.